weil er leben und du wirst sterben so schnell was geht nicht los wir werden das LP bis zum Betrennen durchführen und unterbruch haha da war jetzt geil ok ich hör auf, so also hast du dein Geld eingesammelt du hast ja dein Geld eingesammelt war das viel? Nö das war aber mein Geld das war aber mein Geld das war aber nur wenig, kann ich dir eigentlich zurückgehen gut, ich finde es auch viele meine Blumen wachsen ich krieg die Scheiße Töne nicht auf ich stehe da für unsere eigenen Eingangstür und krieg die Töne nicht auf du bist betrunken jetzt hab ich die kaputt gemacht du bist immer noch betrunken warum? ich hab noch mein Leben ich hab noch mein Leben ich trage mich schon allein ich bin zuhause dann gibt die Töne nicht auf die ca ich hab noch nie ich hab noch nicht wir müssen hier wie was tun nach rechts war ich bin warum hast du hier ne Pflanzen mit für Afrika genau wo ist das? 8 der Waffenhändler der sich in unserem Haus vergisst ich hab wieder 10 Schuss ich will auch ich will auch ich will auch kommt die welche bei Waffenhändler hier trotzdem bei mir 15 Schuss 16 Schuss 17 Schuss mit dem Schuss mit dem Schuss mit dem herrschend die Poker da unten reingehen da 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 bei Minecraft finde ich es also dass man alles funktioniert wenn man verreckt ist das ist das ist hier zum Rücken so aber das ist tatsächlich so verreckt wie du willst das Einzige was du verlierst das ist dein Geld das ich sowieso einsammel ne na ich brauche unbedingt 5 Goyle wieso ich brauche nur noch 31 Silber ja ich brauche nur noch 28 20 ja ich brauche nur noch 17 ja ich brauche nur noch 5 ja ich brauche nur noch 3 ja ich habe gar nichts mehr zu verkaufen ja kam schon noch 2 selber ja ähm wir haben hier voll was übersehen alter ich habe eine Pistole alter ich habe ein Problem was denn meine Finger werden da nicht schlafen die Finger ein nicht schlafen die Finger ein das ist das höchste für den Gamer war es dann Finger oder das Finger einschlafen was die Finger einschlafen ich habe Sand ist Sand wichtig naja nö also weißt du äh was kann ich mit Sand machen nö nö was kann ich mit Sand machen mit Sand ich muss jetzt nur überlegen was kann man mit Sand 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 kann sie zu Glas machen mein äh nö das ist nicht die Kopie neuer das ist nicht nö na klar morgen wird morgen los dann morgen ist los verdammt nicht schon wieder nö 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 aber ich habe jetzt 267 Feuerschöne meiner musste mit meiner kleinen Pistole ich habe eine Statue und mehr als genug Sand und wahrscheinlich bei der Eisenherz da schau nö da weißt du nicht nicht um nö 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 auch von Prozent Prozent und überwunden die und durch die Unwurmen wir leben nehmen Irgendwann mal, na jetzt hab ich's, jetzt scheiß ich drauf. Ich hab's doch so irgendwo steil, warum mir nicht kaputt geht. Was ist das? Komm mal her. Ich bin gerade Meter weit unter Wasser. Was hätten wir auch mitnehmen können? Weißt du auch nicht, was? Was ist das? Ich verstehe, ich bin nicht verstanden, ich bin nicht wegkommen. Das ist match. Und warum läuft das? Okay, für uns. Was ist das? Keine Ahnung. Warum hast du das in der Hand? Äh, vielleicht. Was? Ich hab' verstanden, ich hab' zu beenden. Nein, was? Du hast gesagt, ich hab' ein paar Mal verstanden, weil ich... Was leiten du? Ich bin ja von mir, dass du mal verstanden hast. Was? Du, was? Du ist? Was? Ich bin so gar kein Schieper, ne? Werb? Werb? W— mit es wird alles nachher im Video sehen ich leuchte ich leuchte ohne eine Fakke ich sag das euch doch Freunde et-cheatet ich sag das euch doch Freunde et-cheatet was hab ich mir et-cheatet ich sag ich hab's den anderen noch gesagt nicht hier du verdammter Hurensohn hast mich gehen wie machst du das? ich weiß nicht ich kann schreiben wusste ich gar nicht in der Schule kann das nicht du verdammter Kinder ihr da draus noch in so 15% ist keine Kinder sind weil sie selber nicht Kinder halten wo sie reiht sind zwischen 11 und 13 Jahre alt sind ihr seid Kinder ähm was wollt ich noch sagen? was sagst du zwölf Jahre noch? wir haben uns lief ach ne du bist 13 ne? ey weißt du was halt einfach mal die Frisse ich hab's vergessen ich merke mir doch nicht alles und die gibt Alter ich hab mich nicht in der Ruhe du kannst nicht mal du kannst nicht mal du bist wie so ein scheißbitter Wurm was ist der Wurm drin? Alter der war da so schlecht wie bist du? wie bist du da hochgekommen? Tja ich bin gestorben ich kann über Wasser gehen wenn ich möchte ich sag doch Cheater nein das ist ein Trank O-M-G 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 Hey, alle Zuschauer, das ist kein Cheaten, und wenn ich durch die Luft fliege, das ist kein Cheaten. Das ist ein Gravitationsflang. Ja, da. Die sind da, die sind da, die sind da. Was ist denn los? Das ist auch so eine Krollkwaffe. Verdammt. Verdammte Auge. Verdammte Auge. Let's schiebt die Freunde, lass dich von ihm nicht verarschen. Du bist gestorben. Weil Baumartacke von hinten. Ja, ja. Da ist doch so, Mensch. Oh, ja. Ach, nicht wahr. Weil hier Baumkanone. Ich kann trotzdem mal Wasser laufen. Ich muss das nur wollen. In deinen Träumen schaffst du das auch immer. Willst du sehen, dass ich mal Wasserlaufe? Na, dann halte ich dich als recht für ein Cheater. Dann halte ich dich als recht für ein Cheater. Dann halte ich dich als recht für ein Cheater. Oh, das ist ein Schleim! Und wenn du Baumwasser laufen kannst, bin ich dann immer noch ein Cheater. Ja. Warum? Weil du mich dann auch zu einem machst. Nein! Nein! Wir haben alles Tränke. Nein! Wir haben alles Tränke. Nein! Nein! Ich muss das mal kurz weg. Ich muss das mal kurz weg. Ich muss das mal kurz weg. Ich war weg. Ich hab mal beschlossen. Du gehst nicht weg. Brust. 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 Und ich bin kurz weg. Ich bin auch ins Sicherheit. Ich bin auch ins Sicherheit, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. und mann und die gewählte auf uns zwei augen so ein guter weggenommen so Leute sind wir allein ja genau Leute, wir töten jetzt einfach mal diese Viecher hier, die nerven einfach nur. Leute, wir töten jetzt noch mal die Viecher hier, die wir hier haben, die wir hier haben. Huch... Ja... Huch... Da besser wieder. Loll... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.